So Freunde, Hallöchen und Willkommen zurück zu Final Fantasy 7, dem Remake. Wir haben ja hier letztes aufgehört und wir werden hier weitermachen. Ich mach vielleicht mal ein kleines bisschen leiser, sonst ist das, glaub ich, ein bisschen zu doof. Und machen wir dann mal. Aua, oh was, der legt ja sofort los. Boah, warte mal. Kommt, dann. Ja, ist okay, Spiel. Eine physische Manifestation des zukünftigen Schicksals. Sie kämpft waffenlos um die Zukunft zu beschützen, die sie geformt hat. Analyse nicht möglich. Ja, komplett nicht. Äh, zukunftsschützige Form. Eine Schusswaffe. Viele Mäuren sind diesen, sind zu diesem Wesen verschmolzen. Einem Hüter des Planeten. Es erscheint, wenn jemand versucht, den Lauf des Schicksals zu ändern und ist mit allen Fäden von Raum und Zeit verbunden, die das Schicksal des Planeten formen. Ähm, achso, stimmt, warte kurz mal. Was ich noch sagen wollte, es kann sein, dadurch, dass ich über Capture Card aufnehme, äh, ich aber mein Mikro über dem PC hab, dass das, was ich sage, im Bild erst ein paar Sekunden später passiert. Ich krieg irgendwie das Mikro nicht mit der Capture Card verbunden. Ich weiß nicht, wieso, aber es ist einfach so. Deswegen bitte ich dich zu entschuldigen. Das hätte ich in der letzten Folge schon sagen sollen. Äh, es kann sein, dass da eine kleine Verzögerung stattfindet, da das Bild auch leicht verzögert auf meinem Aufnahmeprogramm ankommt. Warte mal, tiefer, warte mal. Wir nehmen einfach mal irgendwas. Komm schon, Alter. Das ist echt nicht fair. Ey, wie sieht's denn aus? Darf ich auch meine Fähigkeiten mal einsetzen, oder, äh, komm, wir machen hier mal. Ey, komm, Alter, das ist echt unfair. Muss ich das jetzt echt abpassen, oder was? Ach. Geht schon wieder Plack in die Augen. Mein Einsatz. Alter, das wird so nichts. So, Freundchen, jetzt hab ich... Mal gucken, ob das passt. Immer wieder sehen. Warum weiche ich aus, wenn's nix bringt? Was? Ja, komm, Alter. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich konnte nix machen. Was soll der Mist? Und ich nehm' Schaden? Ja, 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 ja! Ich weiß nicht. Tifa kann echt hart zuschlagen, aber schaff's nicht, in dem Fliegenfloh... ...da hochzuziehen. What? Ey, echt? Komm, Alter, Alter. Warum haben die schon wieder volles Leben? Das ist ja echt nicht fair. Jetzt... ...lass mich auch endlich mal vernünftig arbeiten hier. Damit ich auch mal vernünftig ne Fähigkeit einsetzen kann. Ja, komm. Ernsthaft, du miese... Was ist denn das? Ausweichen funktioniert schon wieder nicht. Ich werd cool... Ich werd nicht schlau aus dem Spiel, was die Steuerung angeht. Ich werd echt nicht schlau. Weißt du was? Hier, komm. Warum? Warum zum Teufel brauchst du drei Jahre, um die scheiß Fähigkeit aufzuladen? Alter, das ist nur ne einfache Fähigkeit. Ach, ich werd bekloppt. Komm, mach deine nächste Fähigkeit. Damit ich loslegen kann hier. Ernsthaft, Alter. Da blockt er die schon wieder weg. So, jetzt friss... ...den Blitz, Alter. Sonst bist du fällig. Ja, Ausweichen funktioniert wieder super. Hä? Was ist das denn jetzt? Och, nö. Ernsthaft? Hä? Ja, ey. Ach, echt jetzt? Jetzt ist TP weh ich. Die ATP-Balken. Guck mal, die ATP-Balken. Ja, lauf, Junge. Ich hab nicht einem richtig Schaden zugefügt, ne? Nicht einem richtig Schaden. Ach, komm, Alter. Wenn ich Ausweichen drücke, dann weich doch bitte aus in dem Spiel. Wie schwer kann das sein, so eine vernünftige Steuerung einzubauen? Was soll das? Hä? Warte mal. Hab ich... Hab ich die Steuerung verstellt oder warum blockt der nicht? Was? Ja, jetzt frag ich mich auch grad. Was? Darf ich auch mal spielen? Ja, Feuer bringt ja nichts. Das ist ja Feuer. Barrett, was hast du? Na, du hast auch Eis. Sehr gut. Ach so, mit. Nehmen wir dem das Leben weg. Ja. Okay, wir müssen, glaube ich, alle drei besiegen, damit der auseinanderfällt. Hä? What? Ja. Och, gut der Zeit, Lady. Schön, dass du auch da bist. Freut mich. Ja. Wenn ich schon eine Cutscene zeige, die blockiert ist, dann mach doch bitte das mit den Status-Symbolen aus. Was war das gerade? Die Realität, die wir zu zerstören, ersuchen. Also, wenn ich jetzt... Oh, nö, ne? Oh, nö, ne? Wie machen die das? Das ist wohl der eigentliche Gegner. Doch... Kümmern wir uns erst um die. Metamorphose? Was? Alter, wie unfair seid ihr eigentlich, ne? Ach, Kurva-Matsch. Ey, wie willst du das machen, ey? Ausweichen funktioniert nicht, blocken funktioniert nicht. Was ist das für... Ich bin eine miese Spielsteuerung. Ganz ehrlich, da kriege ich... Plack. Hier, Attacke unterbrochen. Wieso können die das? Und ich kann... Was? Ja, frage ich mich auch. Was? Was? Erstmal heilen. Ich muss mich heilen, ey. Das geht gar nicht. Ey! Komm doch, steh auf, man. Ich werd schon wieder aggressiv bei so einem Blödsinn. Hau doch ab, du! Nee, warte mal. Mein Gott, du. Da kriegt man... Ja, ist... Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Barrett. Warum schießt du nicht? Nee, den da. Alter, bist du bekloppt? Ich zieh doch auf den. Boah, endlich. Garret, das haben wir gleich. Garret, das haben wir gleich. Äh, Schwertsturm. Komisch, dass ich jetzt mit Barrett besser dran bin. Aber oben ist ja noch das Feuerding. Ja, mein Gott. Das zieht dem echt krass Leben ab. Okay. Das hat jetzt leider nichts gebracht. Und jetzt? Was ist denn jetzt los? Okay. Okay. Alter, diese... Dinger ist da oben. Kann man das nicht ausschalten? Ist das unsere Zukunft? Hä? Hoffentlich muss ich nicht nochmal gegen alle drei kämpfen, weil das ist echt unfair. Oh Gott, komm schon, Spiel, ey. Echt? Ja, ist okay, Barrett. Oh nein, wenn der jetzt aus der Gruppe raus ist. Ey, mit dem kann man das wenigstens machen. Mit dem hat das gerade echt gut funktioniert. Und ich gerade ein bisschen einstecken... Einstecken musste. Der hat ihn hier kaum neben. Oh. Ach so. Hä? Komm, du Lappen. Was? Ja, das frage ich mich auch ständig. Was ist denn das jetzt? Verschwellst du hier wenigstens zu allem, dass sich das lohnt? Oh, danke. Aber er wird ein harter Gegner. Was bist du denn? Bahamut Meura. Bahamut nachgebildet von den Meuren, indem die drei Wesen, Russo Meura, Werde Meura und Diallo Meura, miteinander verschmolzen. Verliehen sie in Gestalt. Analyse nicht möglich. Warum kann ich es dann machen? Warum kann ich eine Analyse machen? Äh, wenn... Wen beschwemmen? Was hast du denn für einen? Shiva? Du hast, äh, Chocobu. Ich warte noch, bis Cloud sein fertig hat. Dann nehmen wir, ähm, Ifrit. Ja, ich frage mich auch, wieso Ausweichung überhaupt nicht läuft. Hier, zack, ich weiche aus, nichts passiert. Das ist zum Freuen. Äh, ja, Gebet geht nicht, super. Cloud, ist dein... So, jetzt hier. Baham, komm, Ifrit. Was zum Teufel? Was ist das denn jetzt? Boah, weißt du was? Wie unfair der Scheiß ist? Alter, da kriege ich Plack bei sowas. Wozu weiche ich eigentlich noch aus in dem Spiel? Zumindest ist mein Limit. Och, komm schon. Ah, Vita ist leider noch nicht so weit. Boah, komm, Alter. Das ist doch nicht wahr. Hau ab. Ja, was? Ich frag mich das auch. Ach, komm, Alter. Warum hast du keine Magie mehr? Warum? Ist mein Limit bald mal voll, ey? Limit. Limit. Oh, mein Gott. Oh, jetzt macht ihm aber ordentlich Damage, bitte. Ich hab auch den Eindruck, dass der TP-Boost mit dem Balken überhaupt nichts bringt zum Ende. Oh, endlich. So, jetzt aber hier. Komm. Ach, fuck. Die sind ja auch noch da. Hm. Hm. Wadda. Ach, der Kampf kommt glaube ich auch noch, ne? Nee, Leute, ich glaube noch nicht. So, warte mal, RSM, Magie. Ach, du hast das ja noch nicht so voll, ne? Äh, zum Glück habe ich so viel gekauft. Jesus. Selbstentstörung? What? Boah, gerade so noch rechtzeitig. Boah, gerade so rechtzeitig. War das etwa Arrows, die die Arme da gekreuzt hat? Nee, noch lange nicht. Einer ist glaube ich noch. Eine Mäure, ein... Äh, was bist du denn? Wir probieren's mal mit Luft. Wettel mich nicht mehr viel. Nee, komm, du kriegst hier mein Schwert schon ab, weil du mir so viel Schaden gemacht hast. Ich glaube, das Brüllen des, äh, von, von Red 13 ist, ähm, eine Verstärkung des Angriffs. Wettel mich nicht mehr. Kommt, wir hauen jetzt alle Magie raus. Geht doch. 3 Gummolra besiegt. Tiefe Erreichtstufe 50. Oh, warum ich nicht? Oh ja, alles vollgeheizt, sehr gut. Also da kommt bestimmt noch was. Wo sind wir? Was geht hier? Warum sieht denn das jetzt fast realistisch aus? Warum nicht das ganze Spiel? Kannst du da? Oh, shit. Säferos? Was ist das? Was? Was ist das? Beuge dich dem Schicksal, Cloud. Schnauze! Genau, Schnauze! Hä? Hä? Ich drück blocken. Ich drück verdammt nochmal blocken, Alter. Hau doch ab! Unbekannt, Analyse nicht möglich. Boah, echt? Ach ja, der ist gegen alles resistent, aber ich... Los, Cloud. Hä? Wie willst du das denn machen? Ja. Ich bin bereit. Hau doch ab, du Lappen, Alter. Ich hoffe, du verreckst in der Hölle. Hä? Ernsthaft, ausweichen läuft überhaupt nicht mehr in dem Spiel. Habe ich kein Elixier mehr? Doch, zwei. Oh, das muss ich mir echt aufheben. Ich finde das ausweichen total überflüssig in dem Spiel, dass ich entweder zu blöd dafür bin oder entweder überhaupt nicht funktioniert. Ich probiere es mal anders. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen ihn vorgehen soll, da ja Analyse mal überhaupt nicht funktioniert. Und so macht man sowas auf Maximum. Wenn es einfach nicht funktioniert. Ja, verdammt. Oh, der wieder mit seinem scheiß Feuer. Hau ab, das ist meine Aufgabe. Vielleicht klappt das. Nein, träume ich nicht, weil du... Weil ich nicht homosexuell bin, du Lappen. Heilung ist hier ein echtes No-Go teilweise. Warum ist mein TP-Boost so langsam auf einmal? Der ist auf Maximum. Ich habe den nicht mal... ansatzweise irgendwelchen Schaden zugefügt, ey. Ich kotze ab. Ausweichen ist hier ein No-Go. Warum? Alter, weich doch aus, Mann! Oh, Mann! Ey, mach doch mal richtig Damage! Ey, wozu ist das? Oh ja, komm, weißte. Jetzt hau noch einen raus hier. Ach, echt? Ach, echt? Ich krieg noch Unterstützung? Der ist einfach nur unfair. Alter, komm, ey! Jetzt ra- Also das, muss ich sagen, ist echt unnötig gemacht. Nichts überstürzen. Ich bin los. Junge! Junge! Sag mal, was ist denn mit der Kamerasteuerung los hier, ey? Echt? Und warum? Wenigstens ziehe ich mit dem erstmal ein bisschen was ab. Wow, da schafft es noch jemand zu ziehen. Ferret! Schon zur Stelle! Los! Kannst du dich erinnern? Geek! Hm. Ach, jetzt darf ich beschwören. Wie cool, wie cool ist das denn? Äh, geht's noch? Geht's noch unfairer? Das ist so unfair. Alter, die Kamera, warum geht die, fixiert die nicht. Auf den gleich, ey. Ah. Hau doch ab, du dämlicher Vogel, ey. Echt. Das ist echt unnötig. Ganz ehrlich, das ist so unnötig gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir gar nicht. Geht's haben. Wenn jetzt viele sagen, du bist einfach nur zu doof dazu. Ja, dann bin ich. Das ist halt meine Meinung. Jeder darf seine Meinung haben. Die Ausweichfunktion ist ehrlich gesagt gefühlt... Gefühlt? Hä? Ja. Wie soll ich das machen, ey? Das ist doch nicht normal. Soll hier einer Luftvogel spielen? Ich wette, das geht noch so weit, dass tiefer dazu kommt. Oh, echt jetzt. Äh, was? Was? Lass mich in Ruhe, du Arsch, Alter. Das geht mir so auf den Keks. Ey, du bist so ein... Warum visierst du die nicht an? Meine Frisse, ich krieg noch einen Ausraster hier. Ja, das frag ich mich auch ständig. Hau ab, ey. Lass mich in Ruhe. Hau ab, ey. Vor allen Dingen, schockanfällig, ne? Wie lange soll ich denn hier kämpfen, bis der schockanfällig ist? Visier doch mal an, ey. Das ist doch zum Heulen, Mensch. Wenn das nicht funktioniert. Hä, hat sich laut nicht auch einen? Warum hat Cloud Kai, hä? Ich raffe da teilweise, teilweise muss ich sagen, ich raffe nicht. Alter, du warst grad schockanfällig. Kann man sie ja nicht? Ich kann auch gar nicht mehr beschwören. Achso, das hatte ich ja schon. Ah, ich brauche einen Phönix-Feder, hahaha. So, Barret, taug mal dein Limit raus. Oh ja, englisch. Es war so klar. Der hat kein Leben mehr, der ist eigentlich tot. Kannst du mir helfen? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Leih dich mit mir gegen das Schicksal auf. Oh ja, das ist super. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Du nacht. Nur noch sieben Sekunden bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du. Klar. Okay. Okay. Vize-direktor. Direktor. Richtig. 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 Marlene! Warte auf mich. In welche Richtung sollen wir gehen? Wieso hat er jetzt ein Panzerschwert? Sephiroth. Solange er lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung braucht ihr einen Pferdenleser. Ich bin auch dabei. Der Typ wird schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Das ist ein Feind. Halt durch, Claude. Noch ein bisschen. Der Himmel. Mach mir Angst. Mhm. Die Reise geht weiter. Denn das war jetzt nur Episode 1. Ähm. Kann ich das überspringen? Ja, ich werde das mal überspringen. Denn die Playstation schafft nur 60 Minuten zu rendern und wir sind schon bei 53 fast. Ähm, ja. Ich speichere das mal ab. Aber was soll ich denn sagen? Mhm. Ähm, also das Spiel hat echt Spaß gemacht. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Bis auf ein paar Punkte, wo ich echt Frust geschoben hab. Die meiner Meinung nach hätten nicht sein müssen. Was auch teilweise an mir lag, aber auch teilweise echt vom Spiel her echt nicht cool war. Was halt so ist, meine Meinung natürlich. Und, ja, ich hab jetzt auch eine Kapitelauswahl. Ich hab mir gespeichert. Haha. Ähm. Ja, also jetzt so das mit dem, mit dem Endkampf. Das war jetzt, weiß ich nicht. Das hätte echt nicht so krass sein müssen. Das hätten die anders machen können. Meine Meinung. Also, es darf ja jeder seine Meinung haben, wie er möchte. Und ich werd deswegen auch kein Verurteil, wenn er sagt, ey, ich seh das anders. Ja, dann sieht er das anders. Aber wenn mich einer angreift, dann greif ich zurück an. So einfach ist das. Also, das Spiel hat echt viel Spaß gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie's in Episode 2 weitergeht. Und wann Episode 2 überhaupt erstmal kommt. Also, soweit ich weiß, ist es noch nicht mal am Anfang der Entwicklung. Oder grad mal in den Kinderfüßen. Das könnte noch ein paar Jährchen dauern, bis das kommt. Und bis dahin müsste ich dann aber auch die neue Playstation haben. Ansonsten, ja. Aber es gibt sozusagen eigentlich gar nichts mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Euer Mufi. Und tschüss.